Wir lesen heute im Johannesevangelium, dass die Leute fasziniert waren von Jesus. Sie sagen, noch nie hat ein Mann so gesprochen. Diese Faszination, dieses in Bann ziehen lassen, das kennen wir vielleicht auch aus der Kunst, wo uns manche Bilder, manche Kunstwerke und so, ja, in Bann ziehen, dass wir fasziniert sind. Ich lade euch ein, heute nochmal tiefer in die Heilige Schrift zu schauen, auf das Leben Jesus und sich von Jesus in den Bann ziehen zu lassen. Ich lade euch ein, heute nochmal tiefer in die Heilige Schrift zu schauen.